Keine Ahnung, warum das als Artefakt gilt. Nein, wirklich. Uh, so hier schöne Dinge. Es tut mir leid, aber... Sie guckt mich so an. Öffne mich, Chicken. Öffne mich. Öffne mich. Wow, das hat sich ja gelohnt. Warte. Warte. Dann müsste ich in Dings landen. Sag mal schnell. Halt ruhen. Ein... Schibi. Wohin leere ich gerade mit Inventor ab? Magelda. Was guckst du mich so an, Töni? Ich werde beobachtet. Ich kann nicht spüren. Wir kommen bei Treffer. Das ist eigentlich auch sehr schön. Ah, stumpfe Waffe. Ekelig. Ich behalte dich im Inventar. Feder. Ja. Ja, ja. Schön für dich. Schön für dich. Äh... Wie noch irgendwas rauswerfen? Ja, hier. Ja, die schweren Dinger. X2. Wieso ist das ein Artefakt? Ich verstehe es nicht, warum das da aufgelistet ist, dieser Artefakt. Weil es einzigartig aussieht, oder wie? Egal. Andere Artefakte sind halt nützlicher als andere, ne? Ne? Eher. Oder hier. Oder das. Wobei, das ist gar nicht als Artefakt überhaupt aufgezeichnet. Nein. Das ist eigentlich kein Artefakt, wie sie bei den Meilenstiefel. Stimmt, weil das einen negativen Effekt hat. Woher? Ja. So. Als nächstes. Wie weg. Weisen. We weg. Aaaaah! Ein Schievi. Ich bin doch unsichtbar. Ich bin doch unsichtbar. So. 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 Flammatronach. Schön, dich nicht gekannt zu haben. Nein, wirklich. Hallo, Hunger. Tschüss, Hunger. Ich mag sowieso niemand. Weil Hunger zu haben böse ist. Es ist böse. Weil Hunger böse Sachen essen. Hier ist mein westlichen Flügel. Flügel, Flügel, Flügel. Flügel, 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 Flügel. Oh, Hunger. Ein komisches Atronachvieh. Stirb, halt die Fresse. Die, 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 die. Minister hat mich bemerkt. Ich wollte mich anfleichen und mich quitten. Ja, verbeuge dich von mir. Verbeuge dich von mir und meiner Herrlichkeit. Was bedeutet? Seid ihr es wirklich? Ja, ich bin es wirklich. Lدمse. Die sind nicht feindlich. Und da steht der Penner. Da steht der Penner. Der mir nachher das Kleben zur Hölle machen wird. Da steht der Penner. Auch wenn es nicht die Statue ist. Die... Jetzt geht das wieder los. Er hat dieses Spielchen schon mit mir in Alt... Detrof gespielt. Ich war hier echt nicht drin. Ach, Sheogorath, ich hasse dich. Stiefel der Zehn Schritte. Ja, festige Schnelligkeit. Welches ist wohl besser, hä? Vor allem Ausdauer entziehen. Aber gab es mit diesen Stiefeln nicht einen gewissen Bug? Das muss ich jetzt mal gucken. Und zwar, wenn man die anzieht... Stiefel. Verschwinden meine Füße. Auch hier. Kann ich irgendwie weiter rauszoomen? Meine Füße sind weg. Das ist Madness. Scheogorath, was hast du mit mir gemacht? Meine Füße sind weg. Welches ekelhafte Arschloch hat... Ist meine Hose auch weg? Mein ganzer... Nee, nur die Füße. Meine Beine sind noch da, aber die Füße sind weg. Hilfe! Hilfe! Oh Gott! Fester! Ach, sind Bugs nicht was Herrliches? Und... Du findest das für sehr witzig, eine Schemkorath? Egal. Anti-SMS. Warum ist denn da? So fußlos fühle ich mich nicht wohl. Du ekelhaftes Monster. Du Monster! D'ah! Ah! Will ich das wirklich tun? Will ich das wirklich tun? Wie spät ist das eigentlich gerade? Ich hab Angst! Ich will das nicht machen! Bleibt so lange ihr wollt! Ja! Ich möchte gerne bleiben! Ich möchte gerne bleiben! Ich möchte gerne bleiben! Ich will hier nie wieder rausgehen! Nie wieder! 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 Ich hatte gerade vor einer Sekunde die Hoffnung, das Spiel wäre im Ladebildschirm abgestürzt! Nee! Westen oder Osten? Und dann muss ich das einfach mal kurz messen! Und dann muss ich das einfach mal kurz werfen! Ja! Ja! Ich habe immer schon mal kurz, da war es das einfach mal kurz, ja! Und dann muss ich das einfach mal kurz vergessen! Und dann habe ich das einfach mal kurz aufgelenken! Also, ich habe mich jetzt mal kurz in die Hoffnung!